Ein kurzes Video zum Thema, wie finde ich den richtigen Friseur? Kleiner Spaß. Worum es eigentlich geht, ist die Frage, oder die Sache, dass, wenn du gerade nicht so gut drauf bist, dann setze ich am besten hin und mache nicht so viel, was irgendeinen Einfluss hat. Mach es nicht, wie ich gestern, und denk dir, ich bin eh komisch drauf, also gehe ich jetzt einfach zum Friseur und hoffe, dass etwas Gutes dabei rauskommt. Das tut es nämlich nicht. Erfahrungsgemäß. Ja, das ist alles, was ich in diesem Video sagen will. Also meine Erfahrung ist, wenn ich in meinem Herzen ruhe und in Kontakt mit mir selbst, dann handele ich dementsprechend. Dann sind die Ergebnisse, die mein Handeln produziert oder mein Denken produziert, im Einklang mit mir selbst. Wenn ich nicht im Kontakt mit mir bin, das Einzige, was dabei rauskommen kann, wenn ich dann irgendwas tue, sind Ergebnisse, die nicht im Einklang sind mit mir selbst. Tada! Das ist eigentlich ein, ja, nicht schwer zu verstehen, deswegen ist dieses Video sehr kurz. Ja, so sieht das jetzt eine Weile aus. Kann ich auch nichts machen. Und jedes Mal, wenn ich jetzt ein Video drehe und mich hier in der Kamera sehe, ja, werde ich daran erinnert. Bist schön. nicht aufgenommen. Ich darf was lernen. Vielen Dank.